Oder an das Schönerjusk-Kuchenbuffet, die größte Tradition unserer Region. 8. Klasse Ludwig-Andresen-Schule, Tondern, Dänemark. Auf Deutsch und Schönerjusk. Oh, du Schönerjusk-Kaffeebauer, mit Flöhe und Brötard, Bolle, Klingle, auch Fettkach, Ha, in Deiles Mach. Das Sönerjusk-Kuchenbuffet verzehr ich mit Genuss. Es schmilzt im Mund wie ein himmlischer Kuss. Aber jetzt brauch ich was zu trinken. Das Buffet muss nämlich sinken. Oh, mein Maue, er bleuen verstorben, nur Buhle den Ewen. Er muss jetzt bies mich, vor Essen bliebe er verfehlen. Aber das Buffet ist noch nicht leer. Eventuell nehm ich noch mehr. Oh! Alles hab ich ja noch nicht probiert. Egal, was mit meinem Bauch passiert. Sand, Citron und Kiksekart. Oh, das hat alles macht. Men uff, noch kann ich haben, men heldigvis alle hat Flöhe. Woh! Woh!